Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Mente und sein Schützling Klärst du mich noch auf? Glücksspielschulden Ich hab nicht gesehen, zeig dir deine Dose Hey, 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 Lady Wie heißt du? Billy Wo kommst du her? Atlanta Das ist weit weg von zu Hause Du bringst alle deine Dates hierher, oder? Ja, in der Tat jeden Haben sie Kinder? Eine Tochter In deinem Alter Was machst du nochmal? Das Zimmer ist bis Ende der Woche bezahlt Pass auf dich auf Du siehst aus, als hättest du nicht geschlafen Ich hab dieses Mädel getroffen, sie bei einem Hotel abgesetzt Und, äh, jetzt ist sie weg Ich bin mir nicht sicher, ob du was tun kannst Sie ist jemandes Tochter Wo ist sie? Das sind gefährliche Leute Ich kann sie da nicht lassen Sie ist erst 15 Ist alles okay? Wer ist dein Freund? Es ist eine Geldfabrik Oh, es ist sehr viel mehr als das Ich kenne die Welt da draußen sehr gut Ich habe sie gesehen und erlebt Genau wie diese Mädchen Und ich habe überlebt Du hast mich verarscht! Ich hab dir vertraut Ich bin hergekommen, um dich zu retten Ich habe nichts damit zu tun Du hast alles damit zu tun Dann sch proof noch nicht Ich bin da zurück Ah, nein Ich bin da household Ich bin da ehrgein Untertitelung des ZDF, 2020